So, Tagchen Leute. Im wahrsten Sinne des Wortes, wir haben es um 0.50 Uhr und eigentlich sollte ich nicht mehr da sein und eigentlich sollte ich nicht mehr das Video machen. Aber mich juckt es in die Finger. Mich juckt es echt in die Finger. Ich will einfach ein bisschen mehr schauen und mehr herausfinden. Mir wurden schon ein paar Tipps gegeben, dass es irgendwie so Höhlen geben sollte. Aber jetzt gucken wir einfach mal. Alles nach und nach. Huiuiui, wir müssen ja was bauen. Entschuldigung. Äh, wir müssen ja was bauen. Und das machen wir jetzt dann auch mal. Ähm, ein bissl lauter machen hier. So. Auch, da hab ich ja Fahr noch gedrückt. Ähm, was wollten wir? Wir brauchen so ein Bild, Forge, äh, so ein, 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 ein. Das da. Da brauchen wir Iron und Plutonium. Plutonium kriegen wir doch irgendwo her, oder? Wohu ... Oh je je je, bin ich aber müde, hä? Ja, ja. Aua, das kriegen wir schon hin. Hab ich das gestern alles gelootet? Wann hab ich denn das gemacht? Bitte. Da, 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 da. Ich wollte es eigentlich ins Inventar legen. Weil wer weiß, was man dafür noch braucht oder was man dafür noch bekommt. Wir schauen einfach mal. Ach ne, die essen. Oh, das ist nicht gut. Oh, das ist nicht so gut, das hat mich so halb vergiftet. So, Leute. Jetzt müssen wir ein bisschen wandern gehen. Also wem das Wandern zu lange dauert und so doof ist, einfach vorspulen, ihr kennt das ja. Genau. Im Übrigen habe ich sogar jetzt mittlerweile schon Hater, yeah! Wusste ich gar nicht, dass man das auch kriegt mit, keine Ahnung, 60 Abonnenten. Ja, unsere guten alten Black Sheeps. Willkommen! Ihr folgt... Nein, das sage ich jetzt nicht. Ich möchte ja nicht streiten anfangen. Äh, die guten Jungs sind von, äh, oder ein Teil davon. Ich will jetzt nicht alle in die Schublade stecken, aber das ist, ich glaube, zu 50 Prozent, äh, haben die da was gegen mich am Start. Und, ja. Genau, die sind in der Sparte Star Citizen vertreten. Die Community ist generell so ein bisschen komisch. Also, wir sind alle ein bisschen komisch, ich gehöre auch zu dieser Community. Äh, deswegen will ich hier auch niemanden schlecht machen. Aber Star Citizen Fans, muss man sagen, sind schon etwas empfindlicher als generell andere Spiele, Hyper, oder wie man sie nennt, keine Ahnung. So. Ich will hier eigentlich... Uh, die ist, ich glaube ich. Achso, da kenne ich doch schon. Hatte ich doch vorher schon gehabt. Gibt's ja kein Sch... Ich will hier ja was zum abhauen. Willen die nur Felsen haben? Obwohl, wann komme ich denn sonst mal dazu, so viel Felsen zu sammeln? So. Ich hoffe, dass ich auch den richtigen Weg wieder zurückgehe. Sonst finde ich nämlich da nicht mehr zurück. So. Rockets kann man nimmer gebrauchen. Glaub ich. Meine Ahnung. Warum klebe ich da irgendwie fest? Was ist das? Achso, auch einer. Ist das schon wieder meine Base da hinten? Ich weiß jetzt aber... Das war aber ein kurzer Ausflug, oder? Das war jetzt ein kurzer Ausflug. Dambi-dambi-da. Ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt hier rum haue und Steine klopfe, dann hundertprozentig. Hundertprozentig bin ich danach wieder verletzt. Aluminium, Aluminium, Aluminium. Der war zu viel. So. Oh, der schaut doch echt lustig aus, ja. Kann man hallo sagen? Tust du mir was? Bist du lieb? Hallo. Du bist groß. Hallo. Du bist groß. Wie könnte ich eigentlich auf den jetzt drauf hauen, ne? Oh, ich bin... Ich bin nicht so... Oh, meine Freunde! Attacke! Der hat angefangen. Wo ist er jetzt? Ja, klar, ne? Nee, das ist echt nicht gut. Aber wo ist das Viech jetzt da? Bleib doch mal stehen! Bleib doch mal stehen! Du bist Viech! Das sieht man nicht. Das ist so gescherrt, so kacke teilweise. Bleib doch mal stehen jetzt! Was? Toll! Wo ist er jetzt, ne? So. Haha! So macht man das. Ist noch ein Viecher da? Hab ich die auch schon eingesammelt, die Dinger? Nee, ne? Wir nehmen schon mit. Weißt du, ne? Wir müssen mich erstmal reinknobeln hier. Oh, jetzt... Wo kommen denn die Viecher her? Sag mal... So. Das sieht man sich weg. Und, äh... Ja! Zu dem Thema... Das wurde auch schon mal drauf angesprochen. Zu dem Thema. Ich bin etwas verplant. Ja, Leute. Es ist ganz normal. Ich zock das Spiel... For just for fun, ja? Und, dass ich erstmal hier zwei Stunden mich durchlese, wie das Spiel funktioniert. Nur mal so nebenbei. Für alle, die es irgendwie nicht wahrhaben wollen. Die Pflanzen tut mir gut. Ähm... Verstehen scheinbar manche, ne? Aber... Okay. Ich sollte das... Ich sollte eigentlich gar nicht drauf eingehen, ja? Aber... Ihr wisst ja, wie es ist. Ja? Auch wenn ich... Wenn ich einen Scheiß auf solche Kommentare teilweise gebe, ja? Deswegen bin ich trotzdem ein Mensch. Und, äh... Deswegen... Ähm... Kommt dieser Formulierungen an. Und wie man was ausspricht. Und dann kann man auch über alles reden. Aber okay. Im Internet gibt's Gefühle nicht. Und das wird leider immer wieder vergessen. Finde ich echt schade. Weil wenn wir ehrlich sind, wir sind alles Menschen. Und wir haben alle eine Macke. Ja. Es ist einfach so. Oh... Boah... Ich kenne das. Perfekt. Jeder kann was... Gutes. Und jeder kann was nicht so gut. Und jeder sollte eigentlich... In meinen Augen das machen, was er... An dem was er Spaß hat, ja? Und nie an dem was er gut kann. Und... Das gilt jetzt nicht nur... Nicht nur zum Zocken. Oder nicht nur... Ach, schon wieder? Schon wieder so ein scheiß Viech. Wo ist das jetzt da hin? Ja, bleib doch dann mal stehen. Mensch, Meier. Wo ist das jetzt hin? Ja, toll. Ich werde kriegt die Krise, Leute. Meinst du, das Viech bleibt mal stehen? Sind noch mehr? Autsch. Autsch. Ich bin gleich tot. Wo ist das jetzt? Vor allem, dann treten sie immer so scheiße weg. Kannst du dich ja kennen, Menschen? Ah, das sind zwei. Okay. Ich finde der hier nie wieder nach Hause. So, wo ist der jetzt? Da war noch einer. Blub. Ach so, dann kommst du gleich hochgejumpt. Dein Keks. Komm her. Bleib da. Boah, ey. Ab. Ab. Toll. Was ist denn das? Ach so, das lebt auch. Wie viel gibt's denn da von? Oh, was ist das? Oh, Mann. Ich krieg die Krise, ich bin gleich tot. Wo ist denn der jetzt? Da. Ja, was soll ich denn machen? Wie hat er mich verarscht? Seht ihr das? So. Das ist echt Heilung. Das ist cool. Das ist richtig cool. Drop. Was soll ich bauen? Kriften? Ne, ne. War ja klar. So, leidie. Ne, elf Minuten schon. Ich suche eigentlich immer noch dieses komische, äh, was ist das? Plutonial? Ne, was war das für ein Zeug? Das ist eine coole Schildkröte. Ist ja auch friedlich. Hi. Kuckuck. Komm mal auf die Reiten. So. Ich brauch das komische Zeug, Leute. Ich brauch das Zeug, denn es darf. Wo kriege ich das? Ich verriecke wieder. Sieh's schon, komm. Du. Ich verriecke, weil ich kein Wasser habe. Jetzt check es. Reagiert nicht, okay. Bananenblätter. Banana. 5% Aber so richtig, naja. Nö. Das ist eine Höhle. Ist das die Höhle, von der er immer gesprochen hat? Oh, der schaltet wirklich aus nach der Höhle. Angeblich sollte man alle Minereien und Sachen in der Höhle bekommen. Das sieht aus wie ein Tor. Die Viecher sind, kann es sein, dass die Viecher unter der Erde sind? Geht das auf? 1B. 1B. 2B. 2B. Bruthorst 2.1B. Kann ich wieder zurückreisen? Ja. Wo bin ich? Bruthorst 2. Okay. Hab ich überhaupt das Mikrofon um? Medical assistance wird großartig. Oh, warte. Cool. Kann ich wieder zurückreisen? Cool. Exit. Wasser wenn ich schläfst, ne? Was ist das? Gegen Minereien. Ich kann mir hier Knappern machen. Carbon. Cool. Ich glaube, ich wäre hier verrecken. Power. Turn on. Geht das? Was wäre das Licht? Ich brauche was zum Futtern, Leute. Ich habe nur einen Hammer dabei. Egal. Da ist ja nichts. Ich könnte es kaputt machen, oder? Feinde. Ich habe Angst. Was? Was? Wo? Hä? Krabbeld, was ist rum? Ich verreckt, oder? Ich habe so viele Sachen gesammelt. Ich könnte aber zurückrennen, ne? Ich könnte einfach auch sagen, hey, weg mir am Arsch. Ich renne jetzt zurück. Seek medical assistance immediately. Oh, Leute. Ich werde so sterben. Alle anderen, die wir schon mal gespielt haben, oder das kennen, die werden bestimmt sagen, ja, da, ne, da ist nix. Du musst zurück. Aber ich weiß es ja nicht. Oh, nichts da. Er leckt mich da am Ärger, man. Oh, Feinde. Ich wusste es. So, Leute. Ich equippe mich jetzt. Ach so. Vorausgesetzt, ich schaffe es bis dahin. So, wenn im Auto wird, ist natürlich auch nix drin. Ist ja klar. Auf jeden Fall ist das so eine Art Höhle. Finde ich. Oder eine Basis, oder was es ist. Oh, 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 Mann. Ist ja auch unbequem. Man, jetzt flitzen wir schnell nach Hause. Ne, äh, nach Hause sah ich schon. Hier hat so unsere Base. Vielleicht können wir noch irgendwas mitnehmen. Trittermond of Tessius Prime Tag 1. Oh, das ist schon der Baum. Oh, komisch. Vielleicht kriege ich irgendwas raus aus dem Baum. Das war cool, irgendwas aus dem blöden Baum rauskriegen. Ja, echt jetzt? Was war denn das? Stehe ich jetzt im Baum drin? Ah, klar. Ist ja klar. Kann ja nur so sein. Ja, ich weiß es doch, Mensch. Schau, dass man eine Eat All machen könnte. Das wäre eine feine Sache. Ne, geht's auch nicht so gut. Ich würde mich ja gerne use. Ekypten geht nicht. Ich bräuchte was, was mich heilt. Aber, pff. Super, was heilt mich denn? So eine Feder, ne? Oder, war das eine Feder? Nein, hier ist... Oh, das sind Bären. Oh, die könnte ich gebrauchen. Oder? Brauche ich die Red Bären? 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 Rote Bären? Oder brauche ich die anderen? Ich weiß es nicht. Da gab es, glaube ich, Rote Bären und es gab die Bären. Und irgendwelche brauche ich zum Craften. Ich weiß doch nicht mal, wo ich hin müsste. Ich habe absolut die Orientierung verloren. Rennen, ich kann nicht sprinten. Ich kann nix. Ich kann nix, Leute. Hilfe. Das ist so bitter. So viel nix gesammelt. Oh, jetzt kommt so ein blödes Video noch. Das Wasser. Oh, Wasser bringt mir nix. Wo ist meine Base? Ich bin total falsch. Tust du mir was? Warum willst du mich unbedingt ärgern? Lass mich doch in Ruhe. Ich bin friedlich. Toll. Ja, und dann abhauen. Autsch. Ja, das macht es dir besser, wenn der auf mich drauf fährt. Ich sehe ihn gar nicht mehr. Oh, jetzt bin ich verreckt. Verdammte Axt. Ob ich mich jemals wieder finde. Ich glaube nicht. Ja, ich muss ja Continuum machen, Leute. Ich muss ja Continuum machen. Ich hatte so viel Material drin. Das ärgert so sehr, hey. Aber du brauchst an den Anfang mit losrennen. Ich bin in die Richtung gerannt, oder? Komm, jetzt ja. Vielleicht haben wir ja Glück und irgendwo... Gold. also in der folge wäre es nicht mehr schaffen mit dem ausrüsten und dahin zu latschen das würde nix bringen das wäre ein bisschen für ein populärs ich versuche stattdessen noch mal mein account meiner kanter meinen charakter zu finden vielleicht habe ich ja glück wasser wasser ist gar nicht so schlecht na ich bin nur beim wasser verreckt vielleicht gar nicht so verkehrt so leute ihr habt das leider echt verpasst das war so krass ich bin so erschrocken und ich habe zu spät mitgekriegt dass die aufnahme eigentlich schon durch ist weil meine festplatte vollgelaufen ist folgender punkt ich habe meine leiche wiedergefunden und ich wollte sie gerade anklicken auf einmal kam ein riesengroßes getümmel und gewirke und gemacher und ja es hat nicht lange gedauert dann wurde ich auf einmal zapp zapp verschluckt von so einem riesen mega worm ich bin so erschrocken ich habe gekreicht wie ein mädchen ich meine ich habe jetzt eh schon nicht die 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 rauste stimme ja aber das war ein schock moment leute der sucht seines gleichen ohne scheiß und ja wo muss ich denn darüber muss ich genau jetzt hoffe ich natürlich dass beide leicht noch da sind und ich hoffe dass bis dahin vielleicht mit viel glück die festplatte noch durch hält dass ich zumindest den part abschließen kann und dann zusammen schnippeln und ja wie gesagt es tut mir ein bisschen leid dass das so jetzt doof gelaufen ist ja hilft ja nicht ne wie gesagt das tool hat einfach es hat angezeigt es nimmt auf hat es aber nicht ja da die ich in 50 metern dann hat sie kruppel rumpel gemacht und schon war ich gefressen das was so krass stellen doch gerade zehn meter da schon wieder schon wieder schon wieder das ist nicht lustig ja ich will nur mein mist mitnehmen wo bin ich denn hier bin ich in der erde drin wo wo liege ich denn angeblich hier irgendwo da schnell bevor das fisch wieder kommt und dann muss ich nochmal legen in 20 meter aber ich hatte nichts dabei wo wo liege ich jetzt hier wenn ich mache mich nicht wach weil das fisch wieder kommt ich habe Angst da unten da ich hatte nicht viel dabei so jetzt war ich ja die düse bevor das fisch wieder kommt und in der nächsten folge versuchen wir da rein zu gehen und dann nehme ich die waffen mit dort und so gucken weil das das staffzeug was ich eigentlich bräuchte habe ich leider immer noch nicht gefunden was mich so ein bisserl anpisst weil ich eigentlich schon längst diese forge bauen wollte mein gott kommt das ganze aufstoßen her wie gesagt in diesen ersten 40 minuten wo ich mal gespielt habe 40 ja nicht 14 in den ersten 40 minuten wo ich mal gespielt habe äh war das zeug direkt in so felsen drin ich glaube in so iron felsen aber es kann natürlich auch sein dass das äh regionbedingt ist ich habe das gefühl dass die viecher die komische stachelfiecher im sand sind aber ich kann mich jetzt auch extrem täuschen regnet das jetzt auch noch ich meine mann bräuchte so ein analysetool oder dass man da drauf hält und sagt oh da ist das und das dann das wär cool das schaut so nach gold aus ist aber bestimmt titanium und und bronze bestimmt oder habe ich mir fast gedacht so leute jetzt muss ich auch wirklich aufhören auch wenn das höllisch spaß macht das ist ein spiel das kannst du stunden zocken theoretisch müsste ich nur folgen aufnehmen die relevant vom aufnehmen her sind aber da verpasst man ja dann doch wieder die hälfte ich muss einfach in eine andere region ich muss einfach in eine andere region das hilft nicht gut dann sind wir raus würde ich sagen ich lade das jetzt noch ab das müsste eigentlich noch gehen genau hier red berry und die blueberry die habe ich auch die kann man nämlich für irgendwas benutzen zum das war das jetzt so ein tape patch tape masking tape das war so klar wo bin ich denn jetzt hier ich geh rein ich hab schnauze vor gesaved bestimmt so ein großer ja ich kann mich noch ausrüsten das machen wir auch noch und dann ist hier feierabend ja okay äh skilvep辛苦 2 oder punkte was kann man dafür zurückholen defensiv force troider store 100 wir verarschen ok lab console anlock ehh lab structure assume ich glaube das wäre ich brauchen Ich glaube, hier kann man ja eigentlich scrollen, oder kann man denn hier raus scrollen, das ist doof. Was ist das? Life Support, Unlocked, Control, Oxygen, Levels, Klima, okay. Ich glaube, ich werde das brauchen. Defense Wall, das wäre natürlich auch cool. Ground Defense, Explo-Tapes. Ich nehme das. Ich nehme das. So, kriege ich jetzt was neu freigeschritten? Ne, ne? Noch nie, oder? Kommt ja später bestimmt. In den Ofen kann ich mal, was ist das? Workbench, Werkpunk. Können wir auch bauen, vielleicht können wir Waffen bauen. Besser Waffen bauen. So, Pistole oder so, keine Ahnung. Warte, was steht denn da? Shape Metals. An Outdoor Crafting Station, die man benutzt, um verschiedene Tools zu machen. Also verschiedene Tools, äh, ja, Werkzeug. Ähm, ja. Bin. Okay. Leute, ich muss jetzt hier raus. Achso, warte. Da war ja noch was. Kann man hier noch was machen? Hier kann man noch rumfahren. Mit zwei Punkten, zapp ich. Agilität. Ne, ich brauch. Mehr Leben. Und ich glaub, bewegen ist nicht so verkehrt, oder? Stärke. Backpack für Programmier. Achso, ich kann da mehr tragen, ne? Movement Speed. Das 1 plus 4. Ne, wir nehmen das und wir nehmen das. Das ist gar nicht so verkehrt. Mission Lock, okay, das ist jetzt erstmal da hin. Das ist erstmal wurscht. Kolonie 1. Ich bin eh allein. Uiuiui. Jetzt kommt die Müdigkeit und er schlägt mich. Oh, komm, das... Ach, nee, den kann ich noch nicht bauen. Und das Typ steht draußen. Äh, das Typ. Scheiße, Leute, ich bin so fertig schon. Und der Typ, der ist natürlich da draußen und wartet auf mich. Gut. Also. Ich bin raus, bevor meine Festplatte wieder Sense macht. Ich glaube, die Folge geht schon wieder über 40 Minuten. Haut rein, Leute. Ich hoffe, ihr... Ja. Äh, ja. Habt's was dazu sagen. Dazu zu sagen. Mein Gott, meine Aussprache, Leute. Tschü, tschü. Viel Spaß. Schönes Mal, Leute.